...späten Donnerstagabend um 23.09 Uhr des Amtes und legt Hand an an das Objekt der Vigierde. Die Spanische Meistertrophäe wird an der kleinen Kanzlerzungs-Delegation vorbeigetragen. Und dann geht es ab zu den wartenden Kollegen. Hier im kleinen Stadion Alfredo Di Stefano, die insgesamt 34. Meisterschaft in Real Madrid-Historie. ...feiern die Königlichen im Konfetti-Regen. Sie stehen als Campeonesfest nach einem 2-1-Heimsieg am 37. Spieltag gegen die Real Madrid.